Dieser Ford C-Max ist hier zum Verkauf angeboten. Der blaue Van ist 5-türig, bietet Platz für 5 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Van bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Xenon-Scheinwerfer, Isofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Partikelfilter, und vieles mehr. Das Automatikgetriebe überträgt eine Leistung von 163 PS. Der angegebene Verbrauch des Diesel beläuft sich auf 5,5 Liter pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 26.439 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Abonniert. 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 Abonniert.